Das wäre die Karne, oder? Das ist mein Auto. Das sieht schon nach Köln aus. Mit diesem arbeite ich jeden Tag. Anhänger ziehen. Was sind das für Reife? Also für die Grösse der Felgen? Keine Ahnung, da komme ich nicht draus. PS? Keine Ahnung, was hat der? 170. Nur? Wie schwer? 2,2 Tonnen, glaube ich. Mit 170 PS? Hä, das geht tipptopp. Wie viel schreisst ihr denn mit dem? Ich will ja nicht Renn fahren, ich habe 3,5 Tonnen schreissen. Schreiss das mal mit so einem blöden Smart. Ja gut, der Smart ist jetzt vielleicht ein extremer Vergleich. Wer arbeitet? Die mit dem grossen Auto müssen grosse Lasten ziehen. Die machen auch die Häuser. Die Linke und Grüne, die werden mit solchen Maschinen gebaut. Weisst du was? Die Linke und Grüne haben manchmal auch so gerne. Also nicht derige, aber überdimensionierte. Da geht die Frau in die Migros einkaufen. Irgendwie ein 6 Liter Mineralwasser. Ja. Was sie von Jugoslawien aufgebracht haben mit dem Esl. Ja. 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 Ja.